Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Hauptaccount, aber wir wollen mal wieder Packs ziehen. Es gibt aktuell in dem lieben Team of the Season keine Ligen, sondern es gibt nochmal so eins, wie nennen sie das, EA Sports Football Club Team of the Season. Da sind nochmal so die Besten, leider nicht alle Besten, weil es gibt zum Beispiel kein Suarez drin, kein Ibra drin, aber ihr seht es da unten schon, da ist zum Beispiel so ein Pogba drin, ein Hazard, ein Ronaldo, ein Messi. Also es sind einige gute dabei, ich denke wir werden uns das auch nochmal angucken, die Tage, vielleicht in einem anderen Video nochmal. Es gibt leider aktuell keine besonderen Promopacks, nur 15k, also ganz normal. Die werden wir ziehen, aber darum soll es in dem Video nicht gehen. Wir wollen den Shakira Part zu Ende bringen und zwar in diesem Video. Ich habe es ja im letzten Part nicht ganz unterbekommen. Wie gesagt, am zweiten Abend ist jetzt gar nicht mehr so viel passiert, aber schon noch ein Punkt wegen Shakira. Und irgendwie, Shakira war ja das, was die Leute am meisten interessiert hat. Und ja, deswegen wollt ihr vielleicht hören, wie das geendet ist, weil, ja, es hatte ein etwas spezielleres Ende. Vorerst, will ich mal sagen. Vielleicht lässt sich da ja nochmal was machen, aber vorerst hatte es dann ein Ende. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal da aufgehört. Ich hatte mein Visum collected, Shakira ist nach Hause gefahren, Thomas war natürlich zu Hause, ich war zu Hause. Ich glaube, da waren wir gerade. Alles klar. Sagen wir mal, keine Ahnung, wie viel Uhr war das dann? Ich bin ja erst, habe ich nochmal kurz was gegessen gehabt, dann hatte ich mein Visum geholt. Dann bin ich, glaube ich, wieder zurück ins Hotel. Jetzt sagen wir einfach mal, das war so 16, 17, sagen wir mal 17 Uhr rum. Da war ich im Hotel. Wer hätte es gedacht? Shakira hat angerufen, war fertig, hat sich fertig gemacht und alles. Und hat gefragt, wann sie kommen kann. Allerdings hatte ich mir schon vorher, ich war mir sicher, okay, Messe, wenn du eine Nacht länger bleibst, ohne Shakira. Wie gesagt, das Mädel ist wirklich lieb gewesen, ist wirklich nett gewesen, alles tutti. Aber ich wollte halt einfach noch eine Nacht, ich kam mir halt so ein bisschen vor, als hätte ich die Freundin dabei. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich hatte dir ja nie auch nur annähernd irgendwie es so rüberkommen lassen, dass wir jetzt ein Pärchen sind oder sowas. Wir hatten halt gut Spaß zusammen. Aber das war es im Großen und Ganzen. Aber ich kam mir immer, wenn ich mit ihr unterwegs war, so vor, als ob ich meine Freundin dabei hätte, weil sie sich halt auch so verhalten hat. Und deswegen war mir klar, am zweiten Abend würde ich sie ganz gerne nicht dabei haben. So, jetzt habe ich überlegt, wie machst du das jetzt, ohne dem Mädel das Herz zu brechen? Da habe ich ihr halt eigentlich so erzählt, wie es war, weil lügen sollst du halt auch nicht. Da habe ich ihr halt erzählt, pass auf, Mädel sage ich jetzt, habe ich natürlich nicht geschrieben. Pass auf, Shakira, ich werde heute Abend mit dem Thomas mal so ein bisschen kleinen Männerabend machen. Der hat mich eingeladen. Wir wollen mal einfach ein bisschen zusammen durch die Bars ziehen und sowas. Aber wir sehen uns bestimmt morgen nochmal vorm Abflug. Da sahen wir uns nochmal hier, keine Ahnung, gehen wir nochmal ein Eis essen oder sowas. Oder sonst wohin, weil mein Flug ging, glaube ich, am nächsten Tag um 17 Uhr, 18 Uhr. Ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist schon wieder drei, vier Wochen her. Auf jeden Fall ging es um 18 Uhr, da hätte man auf jeden Fall mittags nochmal irgendwas unternehmen können. Das wäre auch nicht so schlimm gewesen, weil wie gesagt, ich fand die ja relativ korrekt. Gut, da hat sie dann schon in so einem relativ protzigen Ton, also SMS-Ton, also Bordton. Wir hatten nicht telefoniert, wir haben dann über WhatsApp geschrieben danach. Und da habe ich halt ihr gesagt, wie gesagt, ich bin mit dem Thomas ein bisschen unterwegs, ich will mal ein bisschen was machen und vielleicht trifft man sich dann abends nochmal, habe ich gesagt. Könnte man ja dann später nochmal drüber reden. Dann hat sie dann halt so gesagt, ja, okay, wenn du mich nicht dabei haben willst, sowas in die Richtung. Wie, als ob du mit einer Freundin irgendwie so schreibst. Halt wirklich so, ich meine, ich kannte die zu dem Zeitpunkt anderthalb Tage. Ich meine, die anderthalb Tage waren halt relativ intensiv, weil die irgendwie die ganze Zeit einem am Arsch hingen. Aber ich kannte jetzt noch nicht lange und wirklich so richtig protzig, wie irgendwie hier, keine Ahnung, so eine eifersüchtige Freundin, ja, okay, wenn du alleine gehen willst, dann geh halt alleine, weißt du so. War na gut, war mir dann relativ Latte und Handy zur Seite gelegt und dann Thomas angerufen gehabt. Weil wir hatten ja noch nicht so ganz genau abgemacht, was wir denn machen wollen. Habe ich ihn erstmal angerufen, wie gesagt, keine Ahnung, dann war es 18 Uhr rum oder sowas. Und dann meinte ich halt, jo, was machen wir, Thomas? Dann meinte er so, pass auf, wir trinken erstmal bei Bier, äh, bei Bier, bei dir ein bisschen vor, auch Bier. Äh, er hat gemeint, ich hole ein bisschen was zu trinken und dann komme ich bei dir vorbei. Habe ich ihm nochmal, äh, das Hotel durchgegeben, der wusste es zwar, aber ich habe es ihm lieber nochmal gegeben. Und, äh, ja, auf jeden Fall kam er dann, keine Ahnung, eine Stunde später, 19 Uhr rum oder sowas. Ich hatte schon geduscht, mich so ein bisschen fertig gemacht. Ich war irgendwie so ein bisschen platte. Die Nacht davor, ja, kennt man ja. Und ich war ein bisschen platte, deswegen irgendwie zweimal duschen gewesen, irgendwie innerhalb von einer Stunde, um mich ein bisschen fit zu machen. Irgendwie kommt es mir vor, als ob die Tonaufnahme ein bisschen leise ist. Ich hoffe mal, es werden keine Wörter verschluckt hier. Vielleicht muss er einfach lauter reden. Ich habe, glaube ich, den Pegel ein bisschen runtergestellt. Naja, auf jeden Fall, Thomas kam vorbei und er kam noch nicht mal alleine. Er kam mit einer Dame. Fand ich ein bisschen scheiße eigentlich, weil da habe ich mir, in dem Moment habe ich mir so gedacht, hm, dann hätte ich Shakira zum Vortrinken ja eigentlich auch mit herholen können. Äh, auf jeden Fall kam er mit einer Dame. War ganz hübsch, war jetzt nichts, was mich unbedingt, äh, ja, jetzt sofort fesseln würde, wenn ich die im Club sehe. Das war so eine 1,70 große, also relativ große, jetzt hier für so den asiatischen Raum. Äh, war im Endeffekt dann, glaube ich, von Philippinen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil so viel habe ich mit ihr nicht geredet gehabt. Hatte hier so ein bisschen, äh, wie nennt man das? Locken. Also relative Matte auf den Kopf. Soll ganz hübsch aus, äh, war auch nett drauf, konnte einigermaßen gutes Englisch und, äh, war okay. Aber, das Gute an der Sache war, ich habe dann erstmal gleich am Anfang Thomas, also wir sind so ein bisschen, haben uns so ein bisschen, äh, zurückgezogen in den Küchenbereich, wo wir dann auch ein paar Drinks vorbereitet hatten. Da sag ich, Alter, wieso bringst du eine mit, ist das eine Dame oder was? Dann meinte er so, nee, nee, nee. Äh, die hat er irgendwie kennengelernt. Keine Ahnung, vor einer Woche oder sowas. Und die bringt jetzt gleich nochmal eine Freundin mit und von der gehen wir dann auf so eine Feier. Also das heißt, die Feier war dann anscheinend nicht so von Thomas organisiert, sondern von den Damen. Und deswegen hatte der die auch mitgebracht. Dann kam tatsächlich, äh, eine Dreiviertelstunde später oder sowas kam noch eine andere. Aber, die war echt eine ziemliche Potte. Die hatte anscheinend auch ein bisschen Kohle. Ähm, ich weiß nicht, was die war. Die war wieder irgendwas anderes. Äh, ich habe mit der auch nicht sonderlich viel geredet, weil, wie gesagt, also, die war alles andere als mein Typ. Die war, keine Ahnung, 45 Jahre alt oder sowas. Irgendwie hier alles mit Gold voll. Hier Goldkettchen, Goldklunker an den Händen und sowas. Und, äh, die hat auf jeden Fall Kohle gehabt anscheinend. Aber, ja, wie gesagt, war jetzt so vom Äußeren nicht so der Hammer. Und, äh, ja, deswegen muss ich auch sagen, ich wollte dann relativ schnell los. Hab dann auch zu Thomas gesagt, jo, haben wir jetzt ein bisschen vorgetrunken. Keine Ahnung, wir haben da insgesamt anderthalb, zwei Stunden oder sowas vorgetrunken. Dann war, sorry, dann war es halt leider, glaube ich, erst so gegen 21 Uhr. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr jede Stunde genauer im Kopf, aber müsste so gewesen sein. Übrigens, in der Zwischenzeit, äh, hatte Shakira schon wieder geschrieben, ähm, dass sie abends in den Beach Club geht. Was ich, äh, vom letzten Abend erzählt hatte. Dass sie da reingeht. Vielleicht so ein bisschen als Hinweis, äh, vielleicht treffen wir uns da oder so. Und so ähnlich soll es übrigens auch kommen, aber ungeplant eher. Ja, ich habe mir dann gedacht, okay, alles klar, dann hältst du dich erst mal relativ lange vom Beach Club entfernt, bis sie dann eventuell wieder weg ist. Auf jeden Fall, äh, waren wir dann halt fertig. Wie gesagt, ich wollte, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mich mit dem Thomas gut unterhalten. Und auch mit der ersten, die er da mitgebracht hatte. Ich sage da jetzt auch keine Namen, weil erst mal, ich weiß die Namen gar nicht mehr. Und die hatten eigentlich auch nicht mehr so sonderlich viel mit der Geschichte zu tun. Weil, dann sind wir von dieser Wohlhabenden auf diese Feier gegangen. Keine Ahnung, die war anscheinend so halb auch von ihr mitorganisiert. Das war, ja, so eine Rooftop-Party, würde ich mal sagen. Das heißt, in Malaysia gibt es ja einige Hotels, die halt auch relativ hohe Häuser haben. Und meistens ist ja dann oben noch so eine, also bei manchen Hotels natürlich nicht bei allen, so wie so eine, ja, Dachbar. Ganz oben im letzten Stock kannst du dann nochmal auf so eine, ja, Dachbar gehen. Und das war tatsächlich da auch so, das war in der Innenstadt in so einem etwas größeren Hotel. Und da war so eine, in Anführungszeichen, privatere Feier. Da konnte halt jetzt nicht jeder hin, der mal so über die Straße läuft oder so. Sondern, äh, waren ein bisschen ausgewähltere Gäste, würde ich mal sagen. Das war relativ nice, muss ich sagen. Wie in dem Beachclub, äh, gab es da Showeinlagen hier von so ein paar nett anzuschauenden Girls, die dann auch ein etwas jüngeres Alter hatten, was mir ein bisschen besser gefallen hat. Dann gab es da Pool, du konntest dich da in den Pool schmeißen. Habe ich jetzt an dem Abend nicht getan, aber war witzig. Der Alkohol, schweineteuer. Den gab es da leider Gottes auch nicht umsonst, aber gut. Das war scheißegal, das kannst du dir dann mal gönnen. Äh, haben wir da ein paar Müschen getrunken, richtig viel Spaß gehabt. Ich habe keine Ahnung, an dem Abend bestimmt, äh, nur auf dieser Party, wo wir circa... Wart mal, 22 bis 1 rum. Circa 3 Stunden waren wir da. Ich habe da bestimmt mit 30 Leuten geredet, ohne Scheiß. Äh, die waren auch alle, wie gesagt, übelst gut drauf. Ein paar waren vielleicht auch noch auf irgendwas anderem drauf. Also kam mir jedenfalls teilweise so vor. Und, äh, auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann gedacht, wir haben da halt so ein bisschen gefeiert, wie gesagt. Habe ich gesagt, Thomas, wollen wir nicht nochmal los? Irgendwie, ich wollte nochmal in so ein bisschen, äh, verruchtere Absteige, wie halt sowas wie Beach Club oder sowas. Da hatte ich irgendwie nochmal Bock drauf. Allerdings muss ich sagen, ich hatte da nicht mehr so ganz an die Nachricht von der juten alten Shakira gedacht. Aber, ich sag mal so, um 1 Uhr, da könnte man ja natürlich auch denken, oh, die ist da bestimmt nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig an sie gedacht. Thomas gesagt, alles klar, können wir malen. Sind dann Runner, wie gesagt, äh, mit den zwei Ladies da von Anfang, die mit uns vorgedrungen hatten. Äh, mit denen hatte ich da gar nichts mehr zu tun. Thomas eigentlich auch nicht. Also, anscheinend hat er sich nur bei denen so ein bisschen eingeschleimt mit ihm und mich auf die Party da mitnehmen. War aber auch relativ nice. Und gehasst hat sie mich jetzt auch nicht. Und, nochmal einen schönen Eistee trinken hier. So, dann sind wir auf jeden Fall lose. Von dem Hotel bis zum Beach Club waren wieder mal, keine Ahnung, 5 Minuten oder sowas. Das ist wirklich da alles, äh, relativ eng, dieser Komplex da in der Mitte mit den ganzen riesigen Hotels. Und, äh, da wo du was machen kannst. Wir in den Beach Club rein. Äh, ich gucke mal, Alter, es war so klar, Alter. Eigentlich, wie gesagt, an dem Abend ist gar nicht so viel vorgefallen. Ich labere jetzt schon wieder 12 Minuten. Naja, auf jeden Fall, wir haben es da reingestellt. Jetzt ist es auch gleich zu Ende. Wir haben es da reingestellt. Äh, noch ein bisschen was getrunken. Und da war ein übertriebenst sweetes. Äh, ich glaube, im Endeffekt war es, äh, eine Vietnamesein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, Alter, die hatte so ein richtig wie gemaltes Gesicht. Das war einfach, leck mir die Eier. Die hatte so ein bisschen, sah so ein bisschen schuluniformmäßiges Outfit aus. Also, es war jetzt nicht, äh, eine schuluniform oder sowas. Die hatte hier so relativ kurze, schwarze Hotpants, sowas in die Richtung. Ich glaube, das nennt man nicht Hotpants. Das nennt man, glaube ich, irgendwie anders. Und so ein, äh, relativ weit offenes, weißes Hemd, wo du schon relativ gut was gesehen hast. Ah, hier Alexis Sanchez. Ich hab ihn nie gezogen. Sehr nice, jetzt haben wir ihn gezogen. Sogar hier im Opening noch drin. Nach 400.000 Coins geht das sogar klar. Alexis, ist ja schön, dich hier zu sehen. Dann tauschen wir den mal aus. Wie gesagt, Erstbesitzer. Den hier nehmen wir mal auf die Liste. Ich hab jetzt neulich erst gekauft, den Fixer. Weil ich nicht gezogen hatte. Naja, jetzt haben wir den Erstbesitzer. Ja, so waren wir. Achso, genau. Da war dieses kleine Girl. Alter. Eigentlich wollte ich mit dem Thomas am Ende noch mal so ein bisschen im Spa ein bisschen abchillen und sowas. Oh, die Kleine gesehen. Und jetzt, ihr fragt euch vielleicht schon, wo ist Shakira? Shakira kommt gleich ins Geschehen. Ich hatte bis dahin Shakira nirgendwo gesehen. Äh, ich mein, das ist ein bisschen weitläufiger und so. Muss man sich jetzt nicht sofort sehen. Aber ich hatte sie auch nicht gesehen. Auf jeden Fall, die Kleine angesprochen. Mit der so ein bisschen gelabert. Die war übel gut drauf. Hat die ganze Zeit gesmiled, als ob du der irgendwie gerade, keine Ahnung, wie viel LSD in die Fresse geschmissen hättest oder sowas. Die war übel gut drauf. Und konnte auch einigermaßen gutes Englisch. War jetzt nicht übertrieben gut. Aber du konntest dich mit ihr verständigen auf jeden Fall. Und Alter, ich hab mir gedacht, süßes, süßes Ding. Und vielleicht, wenn sie gut drauf ist, können wir die dann nachher nochmal mitnehmen. Keine Ahnung, vielleicht hat sie Bock, woanders noch ein bisschen weiter zu feiern. Ja, Thomas, äh, der Kerl sowieso, wenn der irgendwo unterwegs ist, der labert eh alles und jeden an. Und, äh, der war auch schon wieder in Gesprächen mit 150.000 Frauen und Typen. Also, der ist allgemein sehr, sehr gesellig auf jeden Fall. Wenn ihr den sehen würdet, äh, er würde euch 100 pro ansprechen. Der ist unglaublich drauf, der Kerl. Naja, auf jeden Fall, ich mit der Kleinen gesprochen, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, übel gut verstanden. Äh, auch schon gesagt, hier, äh, Thomas vorgestellt, das ist die und die, die und die. Im Endeffekt, äh, müsst ihr den Namen gar nicht mehr wissen. Weil mir eine gewisse Person ein wenig alles versaut hat. Und ja, es war Shakira. Wie gesagt, ich gerade mit ihr am Labern gewesen. Und wer kommt? Shakira. Könnte man denken, ja, ist ja okay, kommt Shakira auch nochmal vorbei, kann man mit der auch noch ein bisschen was trinken und alle freuen sich alle mal am Party zusammen. Nee. Nicht mit Shakira. Shakira ist komplett ausgetickt, hier schon wieder der nächste Blaue. Packweight ein bisschen hochgesetzt wie der EA oder was? Naldo habe ich, glaube ich, schon mal gezogen, den muss ich nicht austauschen. Guck mal. Was, der hat 0 Sterne Wigs? Guck mal sein Geburtsdatum an und seine Körpergröße. Und seine Skill Moves. Und er ist First Owner und hat drei Spiele gespielt. Ich habe ihn gerade gezogen. Ach nee, das war ja der, den ich... Das macht mir irgendwie Angst. Ich mache den erstmal hier, Dings da, auf die Transferliste. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, aber das sah komisch aus. So, auf jeden Fall, wo haben wir jetzt? Der Naldo hat mir jetzt schon wieder voll aus der Geschichte rausgebracht. Genau, ich stand mit der Kleinen da, wie gesagt, ein bisschen unterhalten. Dann habe ich Shakira gesehen, schon so hier über die Schulter hinweg. Keine Ahnung, ihr könnt euch das vorstellen. Da sind so ein paar, es sind mehrere Bars und auch so Stehtische und sowas. Wir standen in der Nähe von so einem Stehtisch so ein bisschen. Ich gucke über sie hinweg und da kam Shakira an. Die guckt mir ins Gesicht. Ich dachte, alter, die will mir jetzt ein Messer in den Bauch haben oder sowas. Ich meine, ich hatte mir ja nichts vorzuwerfen oder sowas. Ich habe der nie irgendwie vorgemacht, wir sind jetzt hier happy Pärchen und sowas. Sobald wir wieder in Thailand sind, ziehst du am besten noch bei mir ein oder sowas. Das habe ich nie getan. Und dann ist sie da hingegangen, hat dem kleinen Taiwan-Mädel hinten an der Haare gepackt, hat die so zurückgezogen. Wie gesagt, wir waren uns da hier so ein bisschen gegenüber, haben uns halt unterhalten. Wie gesagt, in so einer Bar ist es natürlich auch ein bisschen lauter. Und deswegen kommst du da ein bisschen näher mit Kopf an Kopf. Ist ja ganz normal. Und die Shakira hat die Alte an den Haaren gepackt und hat mich dann angeschrien, was ich denn machen würde. Und jetzt ist ihr schon klar, warum ich allein raus wollte. Und ich kam erst mal überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was die von mir will. Und ich dachte, die hat irgendwas eingeschmissen oder sowas. Ich sag, Shakira, mach mal ruhig jetzt hier. Hab die dann auch weggeschoben natürlich von der Kleinen. Und da kamen hier auch schon so zwei Kerle. Ich weiß nicht, ob das Malayen, wie nennt man das eigentlich? Malayen, also männliche Leute aus Malaysia. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Oder Thais oder vietnamesische Männer oder sonst irgendwas waren. Auf jeden Fall, die kamen schon in die Richtung, wo die Shakira hier übertrieben hat. Und ich konnte die da aber Gott sei Dank auseinander machen. Die Kleine, total verängstigt gewesen. Die wusste gar nicht, was sie gemacht hat. Und dann, was sagt sie direkt, die Shakira, sagt direkt zu dem kleinen Mädel, das ist hier mein Boyfriend und sowas. Ich sag, hast du Knall, Alter? Wie, du, ich bin nix dein Boyfriend oder sowas. Ich kenn dich erst seit zwei Tagen und wir sind gar nichts irgendwie zusammen oder sonst irgendwas. Natürlich auf Englisch, wie gesagt. Und die Kleine, die war aber total verstört. Das Erste, was die gemacht hat, ist erstmal weggegangen. Ich dachte mir, Alter, Shakira, du kleines... Ne, weißt du ja? Und dann hab ich dir nur noch einmal gesagt, ob sie nicht irgendwie einen kleinen Schatten hat oder sowas. Weil, wie sie darauf kommen würde, dass sie sich hier so eine Show erlauben kann. Da sagt sie, ja, wie denn, wir haben hier gestern Nacht, wir haben auch zusammen geschlafen und sowas. Wir kennen uns jetzt schon die zwei Tage, wir haben voll viel miteinander gemacht und sowas. Und mir war schon klar, dass wenn du mich nicht dabei haben willst, dass du mit irgendeinem anderen Mädel was machen willst, und dann sag ich, ja, und wo ist jetzt das Problem? Das hatte ich im Großen und Ganzen vor. Da hast du vollkommen recht, Shakira. Aber ich frag mich, wo das Problem ist, weil wir beide hatten vielleicht Spaß. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt zusammen nach Phuket gehen und du kommst dann da irgendwie von Kaolak mit deinem Gepäck hier runter und ziehst bei mir ein oder sowas. Da hat sie gesagt, ja, vielleicht, ich hab gedacht, da könnte ein bisschen was... Das ist der nächste 88er. Läuft auf jeden Fall. Na gut, aktuell sind ja nur ziemlich große drin, muss man sagen. Ja, das ist 88 noch relativ niedrig. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, ich dachte, wenn wir dann zusammen in Thailand sind, ich dachte, wir fliegen zusammen auch wieder nach Thailand und können dann auf jeden Fall noch was machen, uns öfter mal treffen und sowas. Ich sag, Shakira, wir hätten so prinzipiell natürlich eine gute Beziehung aufrechterhalten können. Treffen oder sowas überhaupt kein Ding. Da hatte ich keine Probleme mit. Aber du kannst hier nicht machen, als ob wir irgendwie schon fünf Jahre zusammen sind. Selbst, ich meine, selbst bei einer Freundin, die kann ich so ausrasten. Du kannst hier nicht so einen Aufstand machen. Und ja, im Endeffekt ging es dann so aus, dass sie irgendwann angefangen hat zu flennen und dann erst mal aufs Klo gegangen ist. Dann habe ich mich mit dem Thomas über das Thema unterhalten. Er hat sich dann natürlich nur kaputt gelacht. Er hat Thomas einfach komplett wieder am Ende. Und so, dann, den letzten Teil müsst ihr euch leider ohne Facecam angucken, aber ist nur noch ganz wenig zu erzählen. Deswegen soll das nicht ganz so schlimm sein. Ich habe vergessen, auf meiner Hauptplatte Speicher zu schaffen. Und ja, deswegen hat sich die Aufnahmeaufgaben gehabt von der Facecam. Gott sei Dank nicht von hier der normalen Aufnahme, von der Tonaufnahme vor allem. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, der hat sich nochmal da zwei Mädels rausgesucht. Die waren auch relativ nice und vor allem waren sie mal wieder übelst gut drauf. Mit denen haben wir noch ein bisschen was getrunken gehabt. Und im Großen und Ganzen war es dann so, ich zu Thomas gesagt, pass auf, Schätzlein, du fährst mich morgen, wie sich das gehört, wieder zum Flughafen. Und ich gehe dann jetzt mal eine Runde pennen. Da hat er gesagt, willst du hier noch eine mitnehmen oder sowas? Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, Schätzlein. Ich bin echt ein bisschen sehr platte, weil das war irgendwie früher morgen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit. Das war auf jeden Fall, das war schon wieder hell. Und ich habe gesagt, nee, nee, Thomas, das geht schon in Ordnung. Du wirst das schon erledigen. Naja, im Großen und Ganzen war es dann aber so, dass wir doch zusammen erledigt haben. Weil er meinte dann zu mir, hier, pass mal auf, eigentlich kann ich doch bei dir pennen. Und wenn wir dann aufstehen, dann bringe ich dich nach Hause. Du hast ja so ein großes Hotelzimmer. Und ich bin ganz ehrlich, der Kerl ist einfach eine saugeile Haut. Ich habe gesagt, okay, komm, du kannst in meinem Wohnzimmer pennen. Wie gesagt, den Raum habt ihr ja auch gesehen. Also für mich war das jetzt kein Problem. Das heißt, wir alle gemeinsam ab zum Hotel. Und ja, dann haben wir da natürlich auch wieder noch ein bisschen was getrunken, weil sofort einpennen kannst du ja eh nicht. Ja, dann noch die Morgenstunden hübsch zusammen verbracht und gepennt. Und wie gesagt, ich habe natürlich nicht mit dem Thomas in einem Bett gepennt. Und im Großen und Ganzen war es dann so, dann haben wir ziemlich lange gepennt. Irgendwann war Thomas dann aufgestanden, hat mich, glaube ich, geweckt gehabt. Die Eulen immer noch da gewesen. Einer hat drüben bei mir gepennt, eine drüben bei ihm. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die hießen oder sonst irgendwas. Die waren, wie gesagt, übel witzig drauf und alles. Ich glaube, die eine kam aus Vietnam und die andere war, glaube ich, eine Chinesin. Wenn ich das noch richtig im Bewusstsein habe. Ich weiß es nicht mehr, aber wie gesagt, wir waren da schon gut unterwegs gewesen. Und so viel kann ich dazu nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, er hat mich geweckt gehabt. Ich habe ihn dann duschen lassen und ich habe dann selber natürlich auch geduscht. Die Mädels sind in der Zwischenzeit, wo wir beide geduscht hatten, Thomas hatte gesagt, die können sich jetzt nach Hause machen. Die sind dann auf jeden Fall nach Hause. Und Thomas hat dann sein Auto geholt, weil das Auto war nicht da. Wir sind nämlich nur mit einem Taxi rumgefahren gewesen. Und Thomas hat sein Auto geholt gehabt. Ich habe nochmal alles gepackt. Er hat mich zum Flughafen gefahren. Und das war eigentlich die Malaysia-Story. Um jetzt nochmal auf Shakira zu gehen, weil Shakira, wie gesagt, für euch ein wichtiger Punkt ist. Ich hatte mit Shakira noch einmal WhatsApp-Kontakt, wo sie sich bei mir entschuldigt hat, für die Aktionen, die sie da gerissen hat. Und ich habe auch gesagt, das ist schon okay, geht in Ordnung. Und ja, vielleicht trifft man sich ja. Sie ist jetzt auf jeden Fall auch mal wieder zurück in Thailand. Sie ist, glaube ich, zwei, drei Tage später oder so zurück. Und ich habe gesagt, vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Und ja, sie hat dann halt auch gesagt, ja, okay. Hat dann auch nochmal versucht, eine Konversation zu starten. Aber ehrlich gesagt, ich hatte noch nicht so richtig Bock drauf. Weil, wie gesagt, sie ist ein übelst nettes Mädel, die aber irgendwie innen drin ein bisschen kaputt ist, muss ich sagen. Und aus diesem Grund lasse ich mir da nochmal ein bisschen Zeit. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder das Bedürfnis einer Shakira. Dann werde ich mich nochmal mit ihr in Verbindung setzen. Aber das wäre es eigentlich gewesen. Drei Team of the Season gezogen. Einer davon war Alexis Sanchez. Und ich würde sagen, dann sind wir durch für heute. Das ist das letzte Päckchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Schreibt das in die Kommentare und kommt mal vor und vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Versuch. Macht's gut. Ciao.